Zeche Recklinghausen II und die Dreieckssiedlung sind zwei historische Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet. Der größte Teil der Zeche wurde 1999 abgerissen. Die Förderung auf Recklinghausen II wurde 1974 eingestellt. Die Zeche Recklinghausen war mehrfach von Groben und Glücken betroffen. Sieben Unfälle mit 57 Todesopfern sind dokumentiert. Heute sind von der Zeche die Kauen und Verwaltungsgebäude vorhanden. Die Tagesanlagen von Recklinghausen I stehen seit 1981 unter Denkmalschutz. 1988 bis 1990 wurden die Schächte verfüllt. Einige technische Details können noch heute bestaunt werden. Der Regionalverband Ruhr errichtete einen Stadtteilpark. In der Mitte des Parks befindet sich das Fördergerüst. Hier sind schöne Spaziergänge möglich. Bänke laden den Besucher zum Verweilen ein. Direkt am Park befindet sich das Trainingsbergwerk Recklinghausen, das auch Führungen anbietet. Hier ist schon wieder bestaunt werden. Über diese Schachtentlüftung werden explosive Gase, die unter Tage auch jetzt noch entstehen, an die Umwelt abgegeben. In der Maschinenhalle befindet sich das Museum für Bergbau und Industriegeschichte. Sehr interessant ist die restaurierte Dampffördermaschine. Diese Dampfmaschine aus dem Jahre 1967 ist die letzte, die für industrielle Zwecke gebaut wurde. Im Park befindet sich ein Bike- und Skatepark für Jugendliche und Kinder. 1886 entstand die erste Bergarbeitersiedlung, genannt Alte Kolonie. Durch den Bau eines zweiten Schachtes entstand später die Dreiecksiedlung. Bei einem Spaziergang durch die Siedlung entsteht ein interessantes Bild über das damalige Leben der Bergleute. und wir beginnen mit dem rauchателей Schacht users. Die Halde Hoheward befindet sich direkt hinter dem Zechenpark. Über diese Brücke erreicht der Besucher fußläufig die Halde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017